Entschuldigen Sie mal. Sie sind meine neue Nachbarin, oder? Meine Hündin ist schwanger von ihrem Rüden. Ich übernehme die Verantwortung. Ich habe ihm so oft gesagt, er soll unbedingt an Verhütung denken. Oh, mein Gott. Das war Spaß. Bloß ein Witz. Na, Brüderchen, wer war'n das? Die neue Nachbarin, sie nervt mich total. Oh-oh. Was? Machen Sie auf! Unsere Babys! Gabby, hier sieht alles gut aus. Danke, Travis. Jetzt hast du das erste Mal meinen Namen gesagt. Travis, das ist Brian McCarthy. Er ist mein Freund. Mein großer Bruder mag es gar nicht, wenn er sich festlegen muss. Weißt du was? Meine Freunde mögen dich mehr als mich. Ich hatte befürchtet, dass es so kommt. Dich hat es noch viel schlimmer erwischt, als ich dachte. Was ist das jetzt? Ich gehe langsam auf dich zu. Wieso? Wenn ich schnell gehen würde, hättest du Angst. Warum machst du das? Weil du mich nervst. Hi! Hi! Sagst du's ihm? Wir haben nie über das mit uns geredet. Es ist einfach passiert und dann konnten wir nicht mehr zurück. Ich liebe dich. Schön, nähre ich dich nicht, okay? Unsehen. Natürlich liebst du ihn. Mom! Wo ist sie? Wo ist Gabby? Die ist fort? Wohin? Sie ist deinetwegen weg. Wie gesagt, jeder Schritt führt zu einer neuen Entscheidung. Komm zu mir zurück, Baby. Nerv mich wieder, bitte. Manche Entscheidungen verändern alles. Warum war ich nicht da? Es ist nicht deine Schuld, Trimus. Und der ganze Rest deines Lebens hängt davon ab. Gabby! X она nie wieder zu, wenn du dich, was sie nicht hören such hat und zum Beispiel. Und da, dass du dich idiot sei. Du dich hast? Ich geh. War ich jetzt? Ich geh. Untertitelung des ZDF, 2020